So, wer ist, wer bist du? Was tust du hier ganz allein? Mein Kommando ist in der Unterstadt in eine Falle geraten. Wie viele wart ihr? Nicht genug. Mina Sittil steht noch. Uns droht der Verlust der Mittelstadt. Sie schließen das Tor, falls noch nicht geschehen. Wir müssen dort hoch, so schnell wir nur können. Ich werde dir folgen. Kein Ding, ich bin Spider-Man. Ich kletter einfach hoch. Ich bin doch nicht Spider-Man. Wie ist dein Name? Idri. Talion. Versuch Schritt zu halten, Talion. Wir haben schon genug Männer verloren. Okay. Dann barren wir uns einen Pfad hinauf. Gedankt mir dein Tod. Ich weiß nicht, wer du bist, doch ich danke. Ich habe keine Pfeile. Okay, Pfeile. Ich bin ein bisschen leise. Ich versuche mich, mal lauter zu machen. Oder den Spielzahn. Leiserzahn, aber ne. Ich mach mich mal einfach lauter. Ich mach mich einfach mal lauter. So. Gucken. Test, Test, Test. Halb 2, 1. 0815. Montagdienst am Mittwoch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt lauter bin. Wie willst du denn hin? Es ist wie in Kankars Vision. Wenn Saurons Armeen die Palantir langen, wird ganz Mittelerde dasselbe Schicksal ereilen. Ich brauche neue Energie. Der stürmt durch die ganzen Mengen, ne? Wer da schon gerade an mir vorbeiläuft. Wunderbar. Schon wieder keine Geschosse mehr. Ich kann aber die eingehen. Okay, pass auf. Ihr könnt auch nicht ein Momentchen warten, ne? Kurzen Momenten. Guck mal, ich hänge von hinterher hier. Da unten wird noch gekämpft, was? Ich wollte kämpfen. Und jetzt? Was laufe ich hinterher? Was haben wir da für Probleme? Oh, ich wollte dich nicht nachhauen. Ich war nur so euphorisch. Echt mal, ne? Kann ja nicht angehen. Alles Kameradenschweine. Laufen einfach davon. Ich hab auch noch keine Geschosse. Sollte ich mir gleich so einsam. Den letzten treffe ich immer noch einen von uns. Komm, Engel. Wo bist du? Äh, in Drill. Wo bist du? Ja, ja. Weißt du, sind die bescheuert? Laufen die den Karren rein? Der brennt. Hallo? Der ist die Bleichhaut. Ja, ich mach ihn kaputt. Dann seht ihr mal gleich aus. Was? Jetzt muss ich auch noch hinterher. Ja, dann müsst ihr euch drum kümmern. Ich muss Engel hinterher. Ja, okay. Ja, schön. Arm am Kopf ab. Geht ab. Ja, ich hab Scharfschützenunterstützung. Heftiger Angriff. Halte gedrückt. Okay. Muss man sich dann gedöhnen, das lange zu halten. Da kommt noch heute der nächste Trupp. Komm mal nur. Den wollte ich doch noch zur Hexe. Die Mittelstadt ist verloren. Wir haben ihnen schwere Verluste zugefügt. Doch wir konnten sie nicht halten. Dann entscheidet sich unser Schicksal hier. Der Innere Wall ist der Stärkste. Und wir haben genug Schützen. Wir sind den Ork sowohl in Zahl als auch in Stärke unterlegen. Oh, wir haben Saurons Truppen schon einmal aufgehalten. Doch wir mussten viele Verluste hinnehmen. Ja, mussten wir. Geh zur großen Halle. Sichere die Relikte. Ich gehöre hierhin. Sorg dafür, dass sie heilen, Hennet Anunan kommen. Ist das ein Befehl? Versteh doch, Idril. Wir müssen schützen, was uns kostbar ist. Um jeden Preis. Ja. Das ist ein Befehl. Ich bin tot. Wenn du gekommen bist, um Minas Ithil zu verteidigen, dann melde dich bei Hauptmann Baranort. Ich will nicht eurer Armee beitreten, General. Ich suche den Palantir. Er muss beschützt werden. Beschütze die Stadt, dann ist auch der Palantir sicher. Allerdings attackieren unsere Kommandos feindliche Hauptmänner in der Unterstadt. Ihr wollt Terror in ihren Reihen verbreiten? Ja. Es wird Zeit, dass sie lernen, was Furcht ist. Die Männer sind versammelt, General. Terror verbreiten. Ich bin also jetzt ein Terrorist. Ist das nicht schön? Ich habe mir schon immer gewünscht. Endlich mal Terrorist sein. Oh, Aufgabe war geschlossen. Fähigkeiten erhalten. Yay. Und 100 komische Punkte. Gut, das haben wir gesammelt um die Fähigkeit. Okay. Das kann man Fähigkeit verbreiten. Jawohl. Charakter. So, und jetzt kann ich Räuber, Kampf. Ich kann jetzt nur Räuber oder das hier. Kann ich nichts anderes ausfählen? Hallo? Recht nicht? Ich darf, ich muss als erstes das hier machen. Okay. Damit ich so einen heftigen Sprung machen kann. Halte gedrückt. Erwerben. Wir müssen den Palantir bergen. Die Stadt ist schwach und sie wird nicht mehr lange halten. Wir können die Gondoraner nicht im Stich lassen. Kastamir hat recht. Schützen wir die Stadt, schützen wir den Palantir. Sie? Die Türme tragen sein Zeichen. Diese Türme gehörten einst mir. Jetzt dringt Saurons Verderbnis über die Grenzen Mordors hinaus. Er verhöhnt mich. Sie sind sein Augenlicht. Nicht ohne. Ohne? Jetzt bin ich neugierig. Ohne was? Äh, schließaufgabe. Ja, gut. In Palantir. Oje, oje. Äh, tippt. Maginus auf den Dr. Space. Okay. Wir werden seinen Griff um Minacity lösen. Wir werden das Blatt wenden. Okay, offene Aufträge. Wieder ausfielen Aufträge. Gefährten abgeschlossen. Hier kann ich auch noch. Spazieren nach dem Mordor. Städte der Vergangenheit. Also ich kann nur... ...das erstmal machen. Gut, okay. Okay. Und kann ich jetzt hier rechts runter? Yay! Da muss ich... Ich muss doch bestimmt hier hoch. Die Hedir sind bloß dunkle Schatten des Palantirs. Doch wir können Saurons Macht gegen ihn verwenden. Klingt gut. Die Türme könnten unsere Augen sein. Wir läutern sie... ...und nehmen sie ein. Hier sehen wir alles, was verloren ging und alles, was verloren sein wird. Wenn sich seine Verderbnis ausbreitet. Diese Stadt steht auf den Ruinen meines Reiches und doch ist noch einiges erhalten. Dies sind meine Gräber. Geschützt vor Saurons Blicken. Dort wirst du sehen, warum wir meinen Ring retten müssen. Wie viel es hier zu entdecken gibt? Bin ich so aufgeregt? Sonst ist hier nichts? Nein, 1, 1, 1, 1, 1 gefunden. Okay. Äh, okay. Und jetzt? Muss ich nur neu auswählen. Neuer Aufgaben. Okay, Aufträge. Schatten der Vergangenheit. Ach, hier gibt es ja auch Gottes Willen. Okay, also erstmal hier hin. Ich kann dir zeigen, wie du Mordor eroberst. Solange Gondor dadurch sicher bleibt. Entschuldigung. Was auf einmal, hä? Was auf einmal, hä? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh bleibst du hier bleibst du hier ja ja ich brauche mal eben kurz eine erinnerung von dir die hauptmedaar wissen das ist ja das ziel der ganze geschichte der ist tot ok hier ja hier ziel markieren ok ja was da habe ich doch gesehen das geht auch cool du darfst du nicht ne? Oh, schade. Oh. Ich wollte dich nicht treffen. Was? Schatz, Orks. Äh, okay. 50, richtig nice. Ziel befindet sich im Suchgebiet. Aber da will ich den... Weil ich den jetzt als Ziel markiert hab, ne? Okay. Aber grundsätzlich war doch mein Auftrag gerade ein anderer, ne? Achso, das wurde jetzt automatisch verworfen, weil ich den anderen als Ziel markiert hab. Okay. Äh, wo muss ich hier hin? Toll. Was er alles aushält? Ich hab das wieder. Ich hab das wieder. Ich hab das wieder. das ist schon schwingend auf einen zu laufen recht unauffällig du bist betäubt ja das täuscht ich bin gar nicht betäubt ich hab einfach nur schlechte tatschen ok ich hab ein juwel gefunden wohlstand was heißt das jetzt wohlstand was habe ich jetzt ok mehr erfahrung zu kriegen quasi da drüben hat sich was bewegt da sind noch direkt neue pfeile oh shit ich weiß gar nicht root ich bin ein klettermax ich kämpfte hier vor langer zeit er scheint nun ruhiger ja okay mach ich wenn den mordor irgendein ort vor saurern sicher ist sind es diese hügelgräber zeichen dessen dass selbst die macht des dunklen herrschers ihre grenzen hat und vor langer zeit marschierte meine arme gegen mordor wir begruben unsere gefallenen hügelgräbern wie diesen unsere stärksten krieger ruhen in diesen hallen geschützt durch mächtige magie und wir nutzen all unsere künste um die kräfte der elben in der schlacht einsetzen zu können und du hattest in einen ring ja und mit ihm schuf ich eine armee ich fühlte den sturm gegen sauren an und 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 Hm? Das, okay. Sehr kurios. Wen meinst du mit Herrn Max? Ich weiß nicht, wen du mit Herrn Max meinst. Der neue Ring, unser Ring, trägt kein Zeichen seines Schattens. Er ist perfekt. Aber mir fällt in dem Bezug auch ein, ich weiß nicht, ist Trist noch gerade da? Da muss ich nämlich mal eine Sache eben schnell machen und zwar diese hier. Hm, 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 hm. Der Ring bleibt vorerst verloren. Doch den Palantir können wir schützen. Dann gehen wir zur großen Halle. Idril ist dort. Vielleicht kann sie uns helfen. Ach du Christoph, ich krieg hier so viel Zeug, ey. Okay. Fähigkeit vollschalten. Ach, der Kletter, Max. Ich hab doch gesagt, ich bin Spiderman. Ich bin nicht Kletter, Max. Und Batman. Und Batman bin ich auch, ja. Was, was lohnt sich denn jetzt hier zum Freischalten? Hinrichtung. Oh, war gewandt, äh, äh, hab ich schon für Space gedrückt, aber jetzt, äh, okay. Fernkampf. Das muss ich halten, ne? Den, das da will ich haben. Geht nicht. Äh. Okay, dann erstmal, Mann. Den kann ich, den kann ich, den kann ich, den kann ich, den kann ich nicht, den kann ich nicht, den kann ich nicht, den kann ich nicht, den kann ich nicht. Okay, also ist, das mit dem Feuer, finde ich, erstmal hab ich am besten. Ja. Gut, die Auftrag mache ich mal eben nicht. Neues Auftragsgedöns ausführen. Oh Gott. Abgeschlossen, abgeschlossen. Machen wir die Hauptgeschichte. Was hat, was hat er denn jetzt noch? Ich kenne euch doch noch aus dem vorherigen Teil, wenn ihr mir einmal zu nah kommt. Ich darf nicht mehr schnell laufen. Ich kann doch hier bestimmt abkürzen, ne? Ja, wegen der Mauer oder so. Ach du. Hier wird ordentlich gekillt und getötet. Sehr gut. ? ? Das ist ein Mann, dass du nicht nBenst der waited, Easy... Der weiß auch nichts? ? ? , ? Ich habe einen Hinten, ey. ich nehme ich doch gerne mit wenn ihr schon schlachtet und würde damit das sollte fragt ihr euch gar nicht warum die köpfe platzen ihr seid komische soldaten komme ich da hoch tatsächlich nicht für ein okay jetzt gibt es zuerst ein kletter max wir sollten die große halle untersuchen und den kalantier sichern ich bin eine mischung zwischen spider und badminton aufzustehen eindeutig mach ich glatt uns bleibt keine zeit wir können nur das nötigste mit uns nehmen nehmen alles mit idr es müssen opfer gebracht werden ich werde unser vermächtnis nicht der furcht opfern da wer bist du war nur das ist der waldläufer von dem ich dir erzählt habe du hast für minas itil viel blut vergossen wir kennen nicht mal deinen namen talion gondor dankt ihr talion doch wir brauchen alle krieger vorn am tor nein die uruks wollen den palantir und werden alles tun um ihn zu bekommen wo ist er mein vater hat ihn versteckt nichts ist sicher ob versteckt oder nicht die uruks werden die ganze stadt auseinander nehmen um ihn zu finden die lage ist verzweifelt doch wir geben nicht auf wir werden standhalten wir müssen entdeckung auf zum tor ich muss das tor schützen auf zum tor verteidigt das tor halte die mauer ich lasse diese stadt nicht fallen dann müssen wir den palantir erlangen es ist der einzige weg scho 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 ja klar mit orks ich würde sagen ich nehme noch ein paar pfeile mit jetzt nicht mehr weit ja hier Ich übernehme die Belagerungsbestien. Barano und ich komme hier zurecht.